ich hab's sobald der strom angeht hören und sehen wir mit starte statisches testen und signal bestätigt sicher sind in zone grün victor jetzt vorbereiten hydraulik dichtung was weg hier vor er hat sicherheitsmechanismen bohr nicht zu tief so gut die erste ist erledigt platziere ladung weiter zu nummer zwei da ist es das reicht die hydraulik dichtungen sind weg der mietze zurück Sprengen! Die Tordertür ist auf. Zeit zum Nest. Vier Minuten. Feuer frei! Die Übermachung steht. Ich klicke euch ein. Bordst du sind jede Menge in deiner Richtung. Na wo? Wir haben aufgeladen! Los jetzt! Viel Aktivität in der nächsten Abzweigung. Schnapp den Kerl! Ziele auf 1. Wir werden schossen. Nicht verschesseln! Wir müssen weiter! Voraus ist alles sicher. Bewegung! Da durch! Da durch! Wechsel zum Südkorridor. Ziele nähern sich eurer Position. Verlasse den Baum. Nehme den Steg zum Nest. Ich sehe minimale Aktivität auf der Straße. Ihr seid jetzt weg vom Radar. Auf geht's noch! Auf geht's noch! Pengo sammeln sich im Glasbau! Langsam! Nein! Oh! Kapitän González! Ja! Oh! Hey! We're going to get the buzzers out there! Let's go! Was sagt die Zeit? Alles prima, ihr seid genau im Zeitplan. Bonus Fuera! Ja! Kick, wir sind im Nest. Bereit ein Transfer vor. Legt alle auf der Kommando-Plattform die Taschen ab. Legt die Taschen auf dem Tisch hier ab. Pesh, fang bei der Computeranlage an. Ich brauche zwei Minuten und 30 Sekunden für den Download. Roger, wir geben euch Deckung. Sie verfolgen uns über die große Rappe. Du hast 30 Sekunden die Verteidigung vorzubereiten. Zurück, Logan. Ja, ist alles da. Technik, Design, einbauen. Ziele, komm die Rampe runter! Drei, los! Die Rampe runter! Das ist doch 60 Sekunden! Was für Sie sehen den Berіш? Unterkseidig! Das ist doch nicht! Du hast das nicht! Du hast das! Du hast es nicht! Du hast es nicht! Du hast es! Du hast es nicht! Du hast es nicht! Sie kommen durch die Türen von rechts ein! Sie kommen durch die Türen links, mein Gott! Sie kommen durch die Türen! Sie sind bei Herbst, zurück zu ihm! Sie kommen durch die Türen! 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 Das war's für heute. Lass uns, wir sind auf die Vorkierung, auf Probe! Lass uns, eine Doppersion, schau mir jetzt auf! Lass uns, eine Doppersion.